Ja, ja, gut. Hilfswerkzeug. Da bin ich ja fast ein bisschen stolz. Ich habe mir hier ein kleines Werkzeug gemacht, um den goldenen Schnitt zu überprüfen. Da unten ist der Fuß und der Bauchnabel stimmt. Und ich habe ganz einfach diese Geschichte. Ich habe mir eine Zeichnung, simpel, das hier, das, das, das. Und das ist so. Und wenn ich das nie so ansetze, weil ich in diesem Button nämlich jetzt hier, ja, hier ein wenig überprüfen lassen kann, das muss ich nicht als Lehrer machen. Aber hier habe ich das Ganze. So. Dann ziehe ich den. Und kann jetzt sogar noch prüfen, dass hier so viel leicht sich unter Werkzeug zum Beispiel dann so ein Teil auch hier reinzieht. Der kann auch im Unterricht spontan eben dieses Werkzeug anfangen zurück. Und natürlich haben wir andere Hilfswerkzeug. Zum Beispiel das Geodemacht. Stift nehmen, Stift nehmen, Stift nehmen, Stift nehmen, Stift nehmen. Und hier ist es ganz normal, wenn ich, und hier in der Nähe dieser Kante, hier haben wir Sensorpunkte, Sensorflächen, das hier verschiebt, das hier in diesem Bereich dreht und das hier vergrößert, verknüpft. Hier bleiben. Und ich habe gerade verschoben. Ich habe immer noch meine rote Tinte. Und hier kann ich dementsprechend die Dinge hier anzeigen. Und hier ist auch die gerade Entteilung. Das kannst du sehen. Ich bin sehr. So. Das hier. Und dasselbe ist, dasselbe spiele ich eigentlich hierbei auch. Und das muss man lügen. Das selbe spiele ich natürlich hier mit dem Lineal oder mit einem Lineal. Und jetzt das hier in die Nähe tippen. Dann kommt sofort der Marker. Das will ich eigentlich. Und ich habe hier noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch das Geo-Dreieck dann hier reinzunehmen. Das heißt, ich gebe hier drauf, jetzt sofort das Geo-Dreieck. Hier habe ich nämlich Sight-Wiederweichung. Und noch mal. Info-Geschichte in die Quick Info-Sawad in meinen Notizen-Mausern. Deswegen ist da oben die Schildchen zu sehen. Und die Notizen-Mausern habe ich einfach da. Weil ich jetzt hier einen Punkt habe, wo diese Nähe zusammengefügt werden. Ich kann es mal anders zeigen, das Prinzip des Anschlusstools. Ich nehme das Anschlusstool und ziehe einfach nur solche Geschichten. Und dann habe ich nachher die Möglichkeit, wenn ich was für Schilden ändern will. Auch hier kommt hier dieses kleine Kästchen. Und dann kann ich das hier zum Beispiel dran fügen. Das ist sehr schön. Und das habe ich hier weiter genutzt. Ich habe nämlich hier in der Mitte, da habe ich hier wieso noch... Diese Linie bleibt waagerecht, die bleibt senkrecht. Dass hier die anderen Linien alle senkrecht sind oder eben langrecht. Boah, die Hilfswerkzeug. Boah, die Hilfswerkzeug. Boah, die Hilfswerkzeug. Boah, die Hilfswerkzeug.